Target Terror, was war das nochmal? Schon die erste Achterbahn? Oh, schön. Wow, wow, wow. Achterbahn, war das das, wo man abspringen konnte? Ja, kann man. Ich mach die vierte, sehr gern. Schön. Hat sehr gut, hat ja gut geklappt. Jo, das fing schon sehr gut an. Ja gut, ich wollte mich vielleicht nicht am Kopf kratzen, während sowas ging. Es ging sehr gut weiter. Kann passieren, kein Ding mal, kein Ding. Nein, alles... Das Level eben so schön, voll ohne Fehler. Und hier, tot, direkt am Anfang. Welcher Part drin war eigentlich jetzt? Wenn das immer noch ein Video ist, seit Beginn der Aufnahme, 18. Nein! Ich dachte, da oben wäre was drin. Weil in irgendeinem von denen ist eine DK-Münze und irgendwie flackert bei mir der Bildschirm. Hast du ein Lieblings... Lieblingswelten? Hm... Die Welten nicht, aber einige Level. Also ich müsste mich entscheidend, wenn ich vierte Welt oder die fünfte, finde ich auch geil. Das ist doch der Geisterwald, oder? Jupp, da ist das mit der geilen Musik. Oh ja. Ja, ich kann den nicht nachmachen, auf jeden Fall ist das epic. Und da oben ein Bonusfass schön. Wieso? Das ist auf jeden Fall auch einer der geilsten. Das ist auf jeden Fall erkannt jetzt. Guck mal, wie ich hier schon wieder deinen Arsch rette. Irgendwo, glaube ich, konnte man auch runtergehen, um in ein Bonuslevel zu kommen. Wie das einfach knapp war, schon wieder. Ja, in einem Bonuslevel bin ich jetzt schon elegant vorbeigesprungen. Ja, aber ich meine, irgendwo konnte man hier noch runterfallen. Und da war die Donkey Kong-Münze, genau. Dem musst du folgen, glaube ich. Also runterfallen. Bist du sicher? Ja. Wie er es auch noch richtig gesagt hat. Tja. Und die andere können wir auch gleich nochmal holen. Also können wir nochmal schnell hin. Ficken. Wow. Komm schon. Du hast nicht zu knapp. Yay. Alter, mein Herz. Nicht nur deins. Wie viele Wohnflare gibt es hier? Zwei, glaube ich. Also das eine, was wir am Anfang verpasst haben, plus das, was wir eben bekommen haben. Oder kam da am Ende nochmal was? Weiß ich nicht. Das ist jetzt die Frage. Toll. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Geil. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Dumm. So. Egal. Ich bin gut durchgekommen. Das kannst du mir in der Frenzen nicht abstreiten. Ja. Das ist auf jeden Fall wahr. Jetzt musst du gucken, ob ich auch hier so gut durchkomme. Juhui. Kohn. Kohn, oh mein Gott. Vielleicht mehrt jetzt auf. Ja. Keine Anspielung. Die eigentlich nur wir verstehen, oder? Ich würde sagen, die jetzt jeder versteht. Obwohl in Bleach gibt es auch einen Charakter namens Kohn. Nur ist der halt hier nicht gemeint. Ach, der Name ist so selten dämig, da kommst nur du drauf. Hm. Gut gemacht. Ich merke es. Ich habe das Ding da so vorbeifliegen gesehen. Der Name ist fast so gut wie ohne. Der versteht leider auch keiner. Richtig, aber... Ah, nein. I'm fucking stupid. Oh, ich habe ein Leben gekriegt. Cool. Okay. Hat sich wieder gelohnt. Wie die Banane mich gelockt hat, die Ekelhafte. Wie ich nur wegen der Banane gesprungen bin. Ohne Witz. Ey, du machst das doch... Ja, es ist die Verzögerung. Deswegen... Ich habe doch... Ich habe die gleiche Verzögerung. Aber trotzdem, bei mir ist es krasser. Ja, weil du nicht heim kannst. Genau. Du sagst ja schon, dass ich kein... Ja, ich habe doch nicht mal ein Rhythmusgefühl. Also. Ihr stirbt und ich jetzt wieder allein dastehe. Mhm. Eigentlich stehst du nicht. Du sitzt ja. Ja, gut. Ah. Genau wie bei mir. Da ist das Fass. Hm, irgendwie bin ich vorbeigefahren. Vor allem habe ich die ganze Zeit die Angewohnheit, den Y-Klopf zurückzuhalten. Ich trinke mal wieder ein bisschen. Ich hält den auch die ganze Zeit gedrückt. Springt man damit hier nicht weiter oder so? Ich springe auf jeden Fall, aber... Der fährt doch nicht schneller. Wo bin ich eigentlich gerade nochmal gestorben? Auf was für Schädeln fahren wir eigentlich? Ich weiß nicht. Ach ja, bei dem Fass. Ich meine, das sieht aus wie ein Krokodilkopf. Oh, das ist aber auch kein Menschenschädel. Obwohl Menschen gibt es ja hier in der Welt nicht. Vielleicht ist es ein Affenschädel. Einfach. Was sind wir eigentlich für einen geilen Vergnügungspark, wo man sterben kann? Ich weiß nicht. Ein geiler Vergnügungspark? Mhm. Wie du ihn schon geküsst hast. Ja, wie er genau darauf reinfällt. Ich weiß, aber ich wollte das Leben holen, damit du jetzt hier weitermachst. Ah, gut, danke. Damit du das Level bandest, damit ich danach das Level wieder anfangen kann. Jetzt kommen wir da nicht... Obwohl, war da nicht ein Haken? Ich überlege. Oder ich war auch da. Ja, gut. Schmeiß mich hoch, hol dir das Leben. Moment. Das ist fast genauso gut wie ein Leben. Das ist ungefähr ein Hundertstel wert, ja? Ich würde sagen, wir holen jetzt noch schnell das Bonuslevel. Weil das war ja noch direkt um die Ecke. Ja, direkt um die Ecke. Dann haben wir das Level auch fertig. Dann sind wir bis jetzt in dem... Uh, in dem Teil schon hundert Prozent, ne? In der Welt. Hm. So. Da stemm ich nicht nochmal. Hier, ne? Nee. Nee, noch nicht. Jetzt aber... Jetzt? Meinst du? Ja. Ja, nein. Ja, 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 nein. Okay, nach dem Kollegah hier. Oh, du Tschöger, ey. Ey, das Fass war kaputt. Mich haben... Ich hat Holzspäne getötet. So, hier jetzt, oder? Nein. Jetzt aber... Jetzt! Bei dem zweiten Schrei. Destroy den mal! Ja. Oh, cool. Hä? Das passt überhaupt total rein jetzt. Ja, links. War noch einer und da unten. Ja. Ich sehe alle Todkotze. Der ekelhafte Papagei. Ist doch ein Papagei. Ja, Squawks ist ein Papagei. Würde ich sagen. Links war noch einer. Soll ich denn da... Ach, du Kacke, ey. Hallo? Ende? Ja, noch eine Biene. Ah. Kommt da noch was raus aus Squawks? Ja, Bananen. Na gut. Startselect und raus, ne? Oder hol mich noch. Wow. Als du Start gedrückt hast, war das O verbuggt. Ich glaube, ich komme eh erst in der Mitte, also. Oh, okay. Jetzt. Das ist nie passiert. Links. Jupp, links. Äh, ich meine rechts. Kannst du noch mal rüber. Schaffe ich das? Natürlich schaffe ich das. Einfach auf die Bananen springen. Und runter. Oh, auch nicht auf die Bananen springen. 80 Stunden was anderes. Wow. Deswegen nur. Egal. Einfach auf die Bananen springen, ne? Mhm. Das ist doch riskant, ja, für so'n scheiß K. Gut. Das ist ein Leben wert, ne? Mhm. Was ist das? Das war nicht so gut, oder? Nicht so ganz. Doch, du hast das Bananen bekommen. Hab ich für 10 Bananen ge- Oh. Ich hab überlegt, springe ich drüber oder gehe ich unten her? Aber ich glaube, drüber war die falsche Variante. Ein bisschen, ja. Okay. Nochmal zum K. Aber ich glaube, wenn man einfach direkt runterspringt, landet man direkt im Fass dann, oder? Wird wahrscheinlich so getimed. Wie ich den vergessen hab. Ja, hast du. Ich probiere das einfach mal aus. Ja, gut, das wäre auch irgendwie unlogisch, wenn. Moonwalking ist tot. Da gehen sie da hin. Da gehen sie da hin. Die von mir schön gesammelten Leben. Das ist irgendwie cool. Ich hab so'n Moonwalk in den Tod gemacht, ne? Also, ich bleibe mal wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir sollen auf das Kar kacken, oder sollen wir es nochmal holen? Ja. Boah, boah, boah! Der hättest du auch vergessen. Nein, ich hab den nicht vergessen. Alter, du standest in den Stacheln drin. Sie haben dich durch dein Nasenloch gebohrt. Ja. Und die haben... Irgendwie... Wie du einfach rüberfliegen kannst. Langsam, langsam. Genau, da kommt wieder so'n Haken, Johnny. Wow, wie schnell du hüften dir honnst. Der Honnst? Oh, ein Unbesiegbarkeitsfass. Das möchte ich doch glatt haben. Ja, da müssen wir gleich hier rechts runterlau... ...fen. Schmeiß' ihn weg. Hier runter? Genau, da runterlaufen gleich mit dem Unbesiegbarkeitsfass.